recht herzlich willkommen zu einer neuen nummer von planet nomads und es nur version 6.13 wir sind hier unten im loch noch und müssen kräuter haben müssen wir raus hier so geht's voran fliegen wir noch mal hoch so kräuter suchen das jetzt unser hauptaugenmerk momentan gar nichts drin da geht es runter irgendwie weg hier noch immer aber wir haben ja genau machen wir damit weiter können wir mal rüber irgendwie lang und halt langsam über keine gesundheit haben und fliegen jetzt rüber und ja gucken wir hier drunter kommen auch nichts drunter jetzt gibt er um können wir den auch abbauen kriegen wir ja biomasse toll und weiter fliegen nix drunter nächste onyx hier nur ein nix näher ran noch keine kräuter auch nix da ist nur einer fliegen batterie da aber jetzt haben wir es gut nix dran gehen wir hoch den grünen busch hier einmal bearbeiten auch nix nix zu dem busch fahren ist es auch leer dann sind wir durstig und hungrig und es geht nicht voran mit dem trinken nix nochmal wieder licht an da ist das ein busch so anders aus da ist ein baum ein großer baum ist das ganz einfach nix drin bringt gar nix hier noch so ein auch ohne da geht es runter das ist der baum da ist nur einer kommt man nicht dran weiter geht es irgendwie senke oder so ja natürlich da ist dann einer geht aber auch nichts einmal hoch fliegen irgendwas hier wenn wir hier mal diese büscher gucken ob die was bringen der büscher bringt auch nichts weiter geht es keine kräuter hier jetzt sterben auch noch sollte jetzt aus ja gar nichts zu trinken mehr das ist nicht gut ich glaube wir müssen zurück dann gehen wir mal zur basis ich glaube hier rum ist besser wo muss noch nix da waren wir schon das ist nicht so komisch ich kann auch nicht abbauen richtig gehen wir weiter ja schwierig 60.3 Lebensenergie 62 vollend und nix so gucken wir da da hinkommen fliegen so gehen wir zum gewächshaus ich hoffe dass da die kräuter da fertig sind dann können wir frisches wasser machen wo sind bitteschön die kräuter wo ist es kann doch jetzt nicht sein oder wo sind die kräuter wo hatpan was passiert denn jetzt hier Da war es drinnen? Nö. Was hier passiert, dass da nichts drinnen ist. Da ist auch nichts. Tja. Das wird schwierig. Da ist irgendwie doof, ne? Dreckiges Wasser. Früchte packen wir mal rüber. Hm. Sehr komisch. Dreckiges Wasser. Hm. Da läuft's. Hm. Hier haben wir wieder ein Problem. Keine Früchte. Beziehungsweise Herb. Äh. Das ist schon Kräuter. Da ist drin. Da hat man schon mal eine Version. Ist da etwas drin? Nö. Schade. Gehen wir mal weiter und suchen Kräuter. Hier ist nix am abbauen, oder? Keine Ahnung, was wir jetzt tun sollten. Hm. Ich glaube wir gehen da hinten hin, oder? Da sind noch so Fahne. Da ist nix. Baumstumpf. Gut. Können wir den abbauen. Gut. Das geht nicht. Dann da. Äh. Keine Kräuter. Hier ist noch einer. Auch nix. Da. Nee. Hier weitere. Nix. Auch nix. Ich schlitter mal weiter hoch. Nee. Nee. Aber hier müssen wir die auch finden, oder? Aber hier müssen wir die auch finden, oder? Ne. Ne. Nix. 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 Hier gibt keine dabei. Gehen wir hier lang. Nix. das war einer auch nix allerdings geht immer unter oder sind wir schön das noch mal hier gibt aber kein zusammenhang irgendwie von 100 gibt es dann einmal kräuter oder so ein schicker stein muss das da unten kohlenstoff und eisen batterie leer und weg ist er hier nochmal rüber weitere haben wir nichts drin jetzt noch große da sind sie gut gucken was das da unten ist die dem komisch aus keine ahnung was kommt einer ok da haben wir ganz viele sachen gekriegt im hinterher ist auch voll rausgestürzt ok ist hier einer sagt man früchte und samen sind da drin ich denke wir werden aus dem winter was anderes wegschmeißen wenn wir hier die biomasse lassen die kriegen wir immer wieder und und die biopaste nehmen wir das mit früchte nehmen wir und die samen gut und dann gehen wir zu unserer station zurück um besser zu machen das sieht jetzt ein bisschen besser aus ob wir das wird langsam fliegen dann geht schneller müssen aufpassen dass wir nicht kaputt gehen äh irgendwo ist was faul da einer ich glaube da ist jetzt ein komisches vieh ne oder ist das noch da wo ist es zeig mal ja lieber in die reichweite hier echt so ist weg gut dann gehen wir zur station müssen wir was trinken was essen ja müssen wir ins gewächshaus packen schauen dass es fertig wird ja ja da rein und die kräuter da rein und dann das wasser ausgewählt passt macht er da ist wichtig jetzt erstmal das was trinken und die früchte kann man rüber machen die getrockneten und dann können wir essen und dann so und dann da war er richtig frisches wasser ja gut passt und trinken und wir sind immer noch durstig war zu wenig das heißt wir müssen mehr davon haben essen können wir auch noch was nochmal frisches wasser machen ok da haben wir noch zwei was ist jetzt los ok nicht gut kapazität um das rein zu tun so passt's und trinken nochmal was essen da brauchen wir noch was zu essen das sieht jetzt nicht gerade so gut aus hm ah jetzt an der Reserve oder gehen wir da nochmal hin und dann nehmen wir hier was raus da da können wir noch machen machen wir das machen wir das zwei gehen auch oder zwei gehen auch oder so ausduschen nochmal ein und nehmen wir nochmal immer noch dann müssen wir noch einen essen durstig durstig ja machen wir das bei uns über und das nochmal essen wenn wir mal getrunken haben dann sollte es besser sein da oben ist es trinken und die beiden sachen nur noch und dann gehen wir zur schlafkabine rettungskapsel schnell vorher wieder durstig werden hm sind wir rein ja alle schon mal dran und jetzt schlafen wir jetzt funktioniert es regenerieren alles kommt wieder hoch ok essen geht runter aber egal hm hm und mein sind wir da noch was essen nicht wirklich hm naja ok ich denke wir haben erstmal genug und ja danke fürs zuschauen und bis zur nächsten Folge so tschüss